Wir sind an das Produkt gekommen über die Messe in Kassel in 2018, haben wir das Produkt vorgestellt bekommen und haben das dann auch in 2019 in der Zucht direkt eingesetzt mit einem sehr, sehr guten Boost-Effekt, was wir den Zuchtauben direkt angesehen haben. Die Jungtauben haben sich Bomben entwickelt, die Tauben waren in einer super Kondition, die Befruchtungsrate war enorm und dann haben wir beide uns kurz geschlossen und haben dann auch die Sachen in der Reise 2019 eingesetzt. Ich kenne das Produkt, das war auf der Liste von Rönfried und ich sagte OptiBrit und ich habe es sehr schnell gesehen und ich sagte, dass das, ich dachte, dass das gut war für die Zuchttauben, dann habe ich Kontakt mit Uwe und er sagte, dass das wirklich ein Top-Produkt ist und ich habe Vertrauen in Uwe und dann habe ich das auch gebraucht und das ist eine schwarze Pappe und das machst du an das Futter und die Tauben, die essen das wirklich gerne und du kannst nach zwei Tagen, dann siehst du, dass die Kötig gut sind und dann habe ich das auch, wenn die Pflichttauben aber eine schwere Flüchte gehabt und da habe ich das auch einmal gegeben oder zweimal und sie sitzt direkt, dass sie schneller recuperieren. Ich denke, das ist ein neues Produkt von Rönfried und du musst das einmal probieren, weil wenn er zufrieden ist und ich zufrieden sind, dann muss das gut sein. Wichtig ist das, was wir allen Züchtern immer nur an die Hand geben können, ist, der Züchter muss erkennen können, wenn er was gibt, was im Schlag passiert und da ist einiges passiert. Züchter